hallo freunde der spielkultur beim letzten mal haben wir diablos gemacht in der arena weil in mir die aufnahme abgefahren ist und heute möchte ich die hauptquests weiter machen dass wir den vora mag daraus töten oder ins meer aus locken deswegen nämlich gleich mal die aufgabe an und es ist auch ein wir sind schon im wir sind schon hochrangig aber ich nehme die aufgabe an gut das ist mal gut 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 ja jetzt möchte ich noch schnell was essen und dann brechen wir gleich auf zurück fest damit das dann können wir aufbrechen bin schon gespannt wie das war ich meine ich weiß nicht mal wie es war aber jetzt kann man die harten gegner wieder freue mich schon und dann schauen wir beim ok kommt schon dann schauen wir dass wir reden wir weiter wenn das vorbei ist in ordnung gehen wir den einsatz durch die unterirdischen kanäle die der sura magdaus benutzt gehen ziemlich tief hinunter wir haben einen versuch ihn hier umzulenken wenn er auftaucht wenn wir ihn entkommen lassen ist er für immer außer reichweite und deswegen hole ich die großen waffen raus das finde ich die großen waffen raus nämlich was wir beim letzten mal das ist der drachenspeer damit wären wir den sora ab und lenken ihn auf die offene see das ziel wird uns mit voller wucht treffen ihr müsst ihn also weichklopfen und auf distanz halten seid unnachgiebig habt ihr verstanden noch eine sache der energigante dürfte auch auftauchen und uns in die quere kommen wenn das passiert dann müsste ihn stoppen der gesamte einsatz hängt davon ab ob ihr das hinkriegt ich zähle auf euch gut mehr geben hättest du voraus melde dich wenn der energigante im anmarsch ist richtig cool machen wir wir gehen hier runter vor nicht zum a nicht zum schluss ja da lasst machen wir ich habe keine gefunden hier ist einer normal genau das war nummer eins ja weg 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 komm spuck den magma ein zweimal kann ich schlagen dann glaube ich spuckte wieder eigentlich bin ich eigentlich bin ich daneben gewesen macht das ist ja nervig das war eben aber ich habe meinen bogen dann muss ich aber erstmal so scheiß ja komm du weißt ich bisschen ich würde aber gerne einen trank nehmen nur drei mega tränke habe ich nur wieso hat der scheiß mich jetzt getroffen kann ja gar nicht sein ja ok ist es schon unter einem ist es schon wie die steine werden wir looten ist es schon 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 unter seinem stein war da mal ich sehe ich sehe es gerade voll nicht wir können nicht zulassen dass er seine energie freisetzt nö nö das machen wir nicht das ist noch einer weg 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 ich lege im boden wenigstens es ist so ein gut das ist echt kacke ich glaube ich stelle mir das ist doof das ist doof habe ich da jetzt gekriegt möchte bitte wieder rauf danke zum kehren zurück wo war der jetzt ist ja ja Okay. Mein bester Freund. Nja, Gigante. Zuerst möchte ich das machen. Zweiter Kerne ist da. Ja, ich mache schon los. Ich gehe schon, keine Angst. Ich möchte eigentlich zuerst die Kerne wo ist er denn? Scheiße, ich habe keinen... Es liegt an euch. Ihr müsst in der Gigante davonjagen. Los! Oh, ho, 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 ho. Meggie, du bist. Oh, ho, 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 ho. Das ist dumm. Äh. Äh. Toll, bin ich hier runtergesprungen. Wollte ich gar nicht. Ja, klappe. Mach doch selber los. Ich brauche die Steine. Die habe ich nicht mitgenommen. Ich Idiot. Okay, perfekt. Ein Problem, um das wir uns nicht mehr kümmern müssen. Setz den Einsatz fort. Machen wir. Ist okay. Nur die Frage ist, wo ich hin muss. Irgendwie... Äh. Ist nicht darum. Ähm. Hoch. Der Sommer macht, der auskommt wieder auf die Beine. Der stößt weiter vor. Pass auf! Ja, perfekt. Ähm. Viel einfacher. Warte mal. Also gut. Fangt ihn an der Barriere ab. Jäger, zerstört die Magma-Kerne. Wir müssen das Ziel weiter schwächen. Ja, ja, ja. Machen wir. Ich bin gerade dabei. Ich muss nur hier hoch. Oder? Ja, ich glaube der letzte ist hier oben. Aber das werden wir schon schaffen. Hoffe ich mal. Ja, ja. Weg, 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 weg. Das ist gefährlich. Ja, klar ist er da oben. Ja. Ich bitte meine Gesundheit. Wir haben ihn gleich. Ja. Komm. Wieso trefft es mich, Trotz? Das letzte Gefecht beginnt. Jäger, es ist mir egal, was es kostet. Ihr müsst den Suran-Aktaros so weit wie möglich schwecken. Das ist die letzte Bastion. Es gibt keine zweite Chance. Alles ist verloren, wenn der Suran die Barriere durchbricht. Okay. Ja. Wir sind die cool. Nein. Komm. Laden. Wo ist mein Barriere eigentlich? Katze. Wo ist Katze? Eine noch. Einfach mitten in die Fresse. Einmal noch. Wuh. Wo ist mein Barriere? Komm, 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 komm. Schneller. Ich muss es schaffen. Wie viel Kugel muss ich noch reinhauen? Das ist das, machen wir jetzt. Es ist zu nah. Ja. Ah. Ja. Es ist voll. Echt, zum nächsten Kanone. Die sollte aber wieder anfüllen. Wo ist die nächste? Wo ist meine Katze eigentlich? Da ist auch eine volle Kanone. Nochmal. Feuer frei. Das finde ich echt cool. Ah, meine Katze schießt hier. Die nächste Kanone ist, glaube ich, hier hinten. Kanone daden. Kanone daden. Katze, hilf mir. Komm. Sonst hilfst du mir auch immer. Was ist mit dir? Bevor ihr böse Sachen macht. Das Sora. Ja, sowieso was. Ihr will die Barriere durchbrechen. Einfach. Ja, ich weiß. Leider. Katze, gib Gas. Dann werden wir schon noch schwach kommen. Komm rein. Darf ich bitte schießen, Sora? Alter, das dauert sich ja noch länger. Mal schauen zur anderen. Nochmal. Perfekt. Ich gebe ja schon alles. Was soll das? Katze. Mal weiter. Bis ich zurückkomme. Okay. Weg. Ja, wenn ich ein Pinder gebe. Perfekt. Genau in den Kopf. Katze. Alter, ich mache fast keinen Schaden. Äh, was? Was soll das? Was soll das? Ja, ich habe fast keinen Schaden. Kann ich hier essen? Ich habe fast etwas. Aber ansonsten ist das Dankbarkeitsfest auch schon vorbei. Äh, egal. Okay. Ah, er hat seine Kanone geserstört. So, was soll das? Okay, die Kanone von ihr ist wieder vor. Hilfe hier kurz. Kanone zu holen. Komm. Komm, schnell. Ja. Er spuckt Feuer. Er wird schon böse. Kann ich schon schießen? Kann ich schon schießen? Ja, kann ich. Komm. Komm. Unsere Barriere wird hin. Komm rein mit die Kugeln. Oh, das ist ein episches Feuer. Alter. Alter. Ich weiß es nicht. Mit dem man das macht vielleicht. Schön. Er hat schon unsere ganzen. Wir sind sehr krank. Wir sind sehr krank. Wow Passt, wir haben das geschafft Haut jetzt ab, ja ich glaube Ja, er haut den aufs Meer zurück Wir haben es geschafft Die neue Welt ist sicher Es ist vorbei Ja Und er setzt sich wieder hin Der Meister ist cool finde ich Die Geschichte gefällt mir Also, bereit für die Heimreise? Wie schön wärs Wir haben noch einiges zu tun Jetzt sind wir nur mal im Er schaut einfach zu Perfekt Wir haben es geschafft 19 Minuten Ich glaube zu zweit sind wir schneller Aber Ein Kollege Ah, ok Hey Erzeugt Leben Dort erzeugt Leben Die Trophäe Du kannst nicht Über den Objekt Truhe Die Farbe Deiner Rüstung Verändern Oh yeah Ist mir egal Zurück ins Lager Wahrscheinlich wieder Eine Sitzung Von Ja Ja Das war ein epischer Kampf Wir müssen mit wem reden Weiß ich nicht Ja Wir müssen mit dem Kommandanten reden Was ist los? Was ist los? Genug vom Ausruhen Ich habe unsere Abschlussbericht Zur ältesten Wanderung Zusammengestellt Er ist zu dick Dass ich Angst habe Mir fallen die Arme ab Jedenfalls musst du dich gedulden Bis ich ihn abgefertigt habe Könnte etwas dauern Ähm Wenn ich fertig bin Können wir uns Über die Zukunft der Kommission Verhalten Unterhalten Ähm Möglich dass wir uns hier Verabschieden Und in die alte Welt Heimkehren Wir werden sehen Nein Aber Solltest du hier noch Unerledigte Angelegenheiten haben Solltest du dich jetzt darum kümmern Ja Okay Da will wer was von mir Ja Fünfter Ich habe tolle Neuigkeiten Hört dir das an Im Laufe des letzten Einsatzes Ist die Kommission In den Besitz Eines unglaublich guten Schiffs Bekommen Mit ihm Und meiner 40 jährigen Erfahrung Ähm Mit dem Hiesigen Wellen Und dem Weiter Macht das Meer Uns keinen Streich Strich mehr Durch die Rechnung Deshalb habe ich entschlossen Dass es am besten wäre Ein regelmäßiger Route Von hier in die alte Welt Einzurichten Das Ziel ist es Unseren Nachschub Zu verbessern Und die Häufigkeit Zu steigern Mit der er kommt Okay Das ist mein Problem Ich stecke mit meiner neuen Schönheit in See Unsere Freunde in der Heimat Beladen sie Und zack sind sie wieder da Okay Ich habe also eine verlockende Angebot für dich Wenn du willst kann ich dir ein Teil meiner Verracht abgeben Das hier habe ich dieses Mal bekommen Komm und wirf einen Blick drauf Atme tief ein Bevor du aufbrichst Das hier ist der einzige Ort Der noch Wie Daheim riecht Ah Expeditionen Ah das habe ich auch nicht gewusst Aha Gut Ähm Die Agosi Die Agosi Ähm Die Agosi Ist ein Handelsschiff Gelegentlich Im Hafenfest Macht Und Objekte Sets An die Jäger Verkauft Das Angebot Ist bei jedem Anlegen Ein anderes Es Umfang Fast Selten Objekte Die es nirgendwo sonst gibt Ein Besuch Lohnt sich also Okay Ja Müssen wir dann halt schauen Was da alles So gibt Ah mit Gildenpunkten Entscheinen Ähm Nach Ihrer Ankunft Ähm Bleibt Ähm Bleibt der Gose So lange im Hafen Wie du für drei Quests Oder Expeditionen brauchst Nach dem Ablegen Ähm Bleibt die Für die Dauer Von vier Bis sechs Quests weg Okay Ähm Okay Da Waren Anfrage Kannst du Einfluss Auf das Angebot Beim nächsten Besuch Nehmen Mhm Okay Schauen wir mal Kaufen Möckel 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 Ansehen Ähm Walhaber Quest Gift Warme Ähm 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 Nährstoff Nährstoff Beruhigungsmittel Ach scheiß drauf Ich kaufe mir alle Dann kann er wieder aufbrechen In die Heime zurückgehen Ahoi Jaja Ahoi Achso Da kann ich Ah Material Bob Okay Gut Ah Dann kann man anfordern Was man bekommt Dann Gut Aber das ist jetzt Mein zeichen zu sagen Danke dass ich eingeschalten Hab Und beim nächsten mal Machen wir hier weiter Und reden mit der Wildexpertin Und bis zum nächsten mal Ciao